ChatGPT ist eine sehr, sehr gute Beispielanwendung von großen AI-KI-Modellen. Und durch diese großen KI-Modelle ist eine neue KI-Kategorie entstanden. Wir nennen das Generative AI, weil mit diesen großen KI-Modellen kann übersetzt werden, Gedichte geschrieben werden und Bilder kreiert werden, sogar Videos kreiert werden. Der Einfluss für die Industrie ist sehr, sehr groß. Ganz einfach Fragen und Antworten für unsere Kunden. Und wir sehen auch in vielen Nachrichten, vielleicht würde die Programmierer Unterstützung bekommen. Ich mache oft auch Witz, wir sagen in der Zukunft müssen wir nicht mehr so viel programmieren, sondern unsere Arbeit hauptsächlich debugging. Man kann uns debugger nennen. Und zusätzlich auch die ganzen Entwürfe von neuen Produkten könnten auch erleichtert werden. Und strategisches Papier könnte vielleicht sogar von großen Sprachmodellen zuerst entworfen werden. Oder Interviews wie dieser Art, man kann die Antworten zuerst vom KI-System vorgeschlagen bekommen. Deshalb es wird eine große Industrierevolution auf uns zukommen. Einerseits künstliche Intelligenz simuliert menschliche Intelligenz. Und künstliche Intelligenz können uns auch Entscheidungen vorschlagen. Künstliches Intelligenzsystem kann nur erfolgreich sein, wenn wir gute Daten haben. Deshalb müssen wir mit großer Sorgfalt die Daten vorbereiten. Und andererseits auch Datenschutz, Datensicherheit. Wir müssen mit großer Sorgfalt die Daten von unseren Kunden bewahren. Das ist eine Sache. Andererseits auch die Entscheidungen, die das KI-System uns vorschlagen, müssen wir mit großer Sorgfalt überprüfen, ob das im Vorteil von der Menschheit, im Vorteil von unseren Kunden und zu unserem gesellschaftlichen Frieden beitragen. Deshalb finde ich es sehr, sehr wichtig, dass es in unserer Verantwortung liegt, welche Daten wir im KI-System einführen. Es liegt in unserer großen Verantwortung, wie wir das KI-System überwachen. Und wie können wir auch KI-System so trainieren, dass das KI-System die Ergebnisse liefert, die zu unserem Wohlstand und unserem Frieden beitragen. Es braucht eine holistische KI-Strategie, weil KI ist nicht nur eine Technologieentwicklung. Ich denke, was wir jetzt bei CHGPT erlebt haben, ist schon eine riesige disruptive Innovation. Andererseits, wir haben auch, wenn Sie mit CHGPT gespielt haben, sehen wir, nicht alle Faktenfragen wurden korrekt geantwortet. Deshalb sind es auch sehr viele Herausforderungen, wie können wir, wenn ein KI-System menschliche Intelligenz simulieren oder sogar besser schaffen, dass es präziser ist, hochqualitativ, dass wir darauf verlassen können. Und deshalb denke ich, es sind noch sehr, sehr viel Arbeit zu tun. Wie kann man KI in die Industrie, in unseren Alltag reinbringen, dass unsere Lebensqualität, auch zum Beispiel auch die ganze Lieferkeit, Resilienz, wenn man ein KI-System benutzt, kann man vielleicht ganz schnell identifizieren, wo die Probleme liegen, auch bessere Alternativen finden, auch für Nachhaltigkeit. Und das KI-System kann überwachen, wie effizient wir die Energie benutzen, an welcher Stelle wir verbessern. Und als KI-Expertin, ich habe immer noch einen großen Wunsch, weil eigentlich, wir kennen uns selbst als Mensch, unser Gehirn, unser Gehirn mit unserem Körper gar nicht so aus. Es wäre toll, wenn das KI-System uns helfen, uns zu verstehen. Und dann wissen wir auch, wie wir viele Probleme bewertigen oder wie wir besser zusammenarbeiten, auch verstehen, wie die Gesellschaft funktioniert. Und wir sehen auch in der Pandemie eigentlich, dadurch, dass wir nicht datengetrieben, die ganze Pandemie, die ganzen Maßnahmen überwacht haben, eigentlich haben wir keine optimierten, systematischen Lösungen. Und ich hoffe in der Zukunft, dass wir auch die Pandemie mit KI besser bewertigen können. Deshalb, ich denke, wir haben ganz viel Arbeit zu tun. Eigentlich in der dritten oder sogar vierten, fünften Stelle. Aber Deutschland, die Kommerzialisierung oder die Anwendung von KI haben erst richtig angefangen. Deshalb, für mich ist wichtig, dass wir sagen, einerseits, wir müssen die Infrastruktur aufbauen. Zweitens, ich denke auch, dass Deutschland und Europa haben auch Nachteile, was Daten anbelangt. Die Datenregulierung. Wir müssen unbedingt unsere Datenregulierung nochmal anschauen, wie können wir einerseits den Zugang zu Daten für die Innovation, für die Kommerzialisierung erleichtern, gleichzeitig trotzdem Datenschutz, Datensicherheit absichern. Ja, Deutschland, Beispiel wie Trump, wir sind Führende in vielen Industrien. In der Autoindustrie, in der Fertigungsindustrie, in der Lasertechnik und in der Chemieindustrie, in der Medizintechnik. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass künstliche Intelligenz zu unserem Produkt beitragen, zu der intelligente Transformation unserer existierenden Industrie beitragen. Deshalb nenne ich auch das für Deutschland, würde ich sagen, keine First AI, sondern AI KI plus X, KI plus Manufacturing, KI plus Autoindustrie, KI plus Chemieindustrie. Das bedeutet einerseits, wir brauchen Talent, die Data Scientist sind. Wir brauchen auch Prozesse, wie die Data Scientist mit Domainexperten enger zusammenarbeiten, damit neue Innovationen entstehen. Und wir brauchen sicherlich, wenn wir sehen, jetzt wo die großen AI-Modelle entstehen, auch Infrastruktur. Ja, ich habe noch große Visionen. Ich hoffe, dass dadurch das KI-System auch Daten getrieben sind und eigentlich Daten getrieben und auch Fakten getrieben sind. Vielleicht können wir in der Zukunft eigentlich, ich sehe auch das vielleicht eine Aufgabe von UNO, dass durch KI-System sicherlich in Zusammenarbeit der Internationale viele Länder auch, dass wir schaffen, eine Erde zu haben, wo Frieden, wo kein Hunger mehr, wo die Pandemie schnell beherrscht, wo die Menschen, wenn sie krank sind, schnell behandelt werden und wo alle auch leichter Zugang zur Bildung haben. Das ist mein Traum, was KI beitragen soll. 100 Jahre ist eine lange Zeit. Und wenn man Trumpf betrachtet, diese 100 Jahre von Trumpf sind geprägt von Innovation und Wachstum. Deshalb, wir sollen unbedingt feiern, weil das ist ein Erfolg sicherlich für Trumpf selbst, für die Mitarbeiter, für die tolle Firmenkultur von Trumpf. Eigentlich ist es auch ein Erfolg für die Kunden, für das Ökosystem und für das Standort Deutschland.